Oh Gott Okay Ist auch ganz cool gemacht mit dem Fall Oh Gott So. Komm hier. Das ist halt die Frage, wie kommen wir da hin? Ey, ich hasse diese Flammenwerfer. Ich hasse sie so sehr, ne? Ich hasse die Flammenwerfer. So, die da oben. Zack. Zack. Komm. Einmal rum. Nicht so. Also. Ich habe die Flammenwerfer. Sieht rein. Schönen Sie den? Ach du Scheiße. Boah, boah, boah. Oh Gott, oh Gott. Schlag zu. Boah. Fug, 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 fug. So, 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 so. Ich bin drin, mein letztes Mal. Komm schon, Michael, jagt das Ding in die Luft. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir haben es fast geschafft. Sehr schön. Boah. Das war's. Ich glaube, wir haben eine Verteidigung, der ist selbst einen schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahl ran. Sichere die Landezone. Ich komme runter. Das ist für Linkschaden. Ja, super. Und wo ist die Landezone? Du Scheiße. Das ist für erstes. Auch wenn ein Arschloch war. So. Ihr Yankees nennt das Tor-Topf-Schießen. Und wie nennst du es? Ach, Herr. Tor-Topf-Schießen. Okay, ich lande auf dem Dach. Kriegswerke lasse ich laufen, damit wir schnell weg können. Oh. Och, geht das nicht wie ein Multiplayer? Ist ja scheiße. Lane. To-K-Lane. Ja, schön, dass du unten bist. Und was bringt mir das jetzt gerade? Nix. Hey, hätt ich gewusst, dass ich mal Taxifahrer werde, hätt ich nen Schein gemacht. Tut mir leid, weil das fängt mich gerade echt zu sehr auf. Hey, hätt ich gewusst, dass ich mal Taxifahrer werde, hätt ich nen Schein gemacht. Keine Eile, Mann. Lass dir einfach Zeit. Natürlich lass ich mir Zeit. So auch nicht. Scheiße, pisst den. So, gleich da und dann bloß weg hier. Lass dich hinter die Kanone. Komm schon. Oh, ja, ja, ja. Lass, 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 lass. Los. Komm, lass mich ballern. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Flieg aus, weit mal über. Das musst du mir nicht sagen. Mein Urgroßvater hat über London Defiance geflogen. Du hast ihn erwischt. Okay. Oh Gott. Ich will noch nicht sterben. Alter, wie krank. Fuck. Fuck. Komm, jetzt aber. Ich will mich taunt. Ja. Gott sei Dank, ey. Immer noch hinter uns. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wie soll ich denn den so treffen? Außerdem sehe ich ja auch noch kaum was mit der Kackscheibe. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Jungenlärmig. Wie soll ich denn das tun? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Mein Hintern zu schützen. Amen. Ich will nicht sterben. Ist das du still? Ach, das ist ein Querschläger dann oder was, wenn die... Ah, das gibt natürlich Sinn. Oh oh. Wie sieht's bei dir da hinten aus? Ach, die Scheiße. Mehrere Brände, sieht nicht gut aus. Die Kiste fällt gleich auseinander. Okay. Am Boden können wir nicht landen. Ich versuche irgendwie, das Los-Hand-Gebäude zu erreichen. Von dort hast du einen tollen Blick auf den Strahl. Klingt das gut? Versuchen wir es. Gleich haben wir es. Komm schon. Komm schon. Ich glaube, wir haben es geschafft. Scheiße. Kümmerst du dich um die Triebwerke? Ich halte sie auf. Oh ja, Sir. Natürlich. Ich darf das Flugzeug des Kars reparieren, während er ganz eine Idee im Horn des Jenseits schiebt. Das ist toll. Jetzt haben wir dich so arm in die Gans. Gut fertig. Ja, ich wollte dich noch nicht stören, wenn du gerade so viel Spaß hast. Nein, ich bin natürlich noch nicht fertig. Ach, kann ja auch. Hatte ich nicht gerade den super Nano-Suit, wo ich nicht sterben konnte und ich bin trotzdem gestorben? Scheiße. Kümmerst du dich um die Triebwerke? Ich halte sie auf. Oh ja, Sir. Natürlich, Sir. Ich darf das Flugzeug des Herrn reparieren, während er ganze Alienhorn des Jenseits schiebt. Oh ja, ich bin natürlich noch nicht fertig. Oh ja, ich bin natürlich noch nicht fertig. Nächstes Schiff. Och Gott, bloß weg hier. Hast du mal gesehen? Was ist das? Was ist das Teufel? Füßen wir es einfach! Wtf man? Das letzte Mal funktioniert! Was ist das? Was ist das? Ja! Ja! Niemals! Was ist das? Ist das klar? Okay.